nein mach fertig tauboga ist besiegt worden ich kenne jetzt auch gegen wasser, auch gegen elektropokémon, das ist noch gemeiner da kam ich ja lang raus, ich lass mal da oben hin und gucken ob da irgendwas war, ich weiß es nicht oh jetzt krieg ich aber einen auf den sack da war nix, ne, ok, dann doch da lang Team Rocket, komm, ich bin dir auf die Fresse komm schon da haben wir auch irgendwas bekommen, Items boah, ich muss Puppen wechseln, sonst wär das nix Donnerwelle, bruch kein Mensch Schaufler, Schaufler ist doch gut, das können wir einsetzen ja, damit kannst du auch aus Höhlen flüchten jo, das werde ich nämlich bei Dicta jetzt einsetzen hier ja ja, ich glaube wir sind Fettzeln ja, also Kleinstein ja wo ist denn mein Kleinstein schaue, ne aber noch der einzige ist ohne nichts aufgetaucht ein, 21, wann entwickelt sich das denn ein Pipi, ein Pipi ein Pipi? machst du in die Hose Pipi? ja ne, du vor allem, das ist niedriger das Level als ich vier Level und darf als nächstes angreifen ja, das ist auch mal komisch ja boah, wie schnell ich da durchgewascht bin warte, Major Bock, müsste da auch schon in seiner Höhle sein oder nicht in seiner Höhle? in seiner Arena Leiter ja, Kack-Ding ja, der ist dann ein bisschen in der Arena könnte ich den eigentlich trainieren und direkt danach wegboxen nein, ich brauche kannst du eh noch nicht hin nein, ich brauche einen Fluch und Psycho wenn du nur noch kein Zerschneider einsetzen kannst ja, ich brauche Fluch und Psycho kannst du ja noch kein Zerschneider einsetzen, ne ne äh, musst du erst mit sie besiegen egal, trainiere ich ups, hat was auf der Fresse hier aber auch noch bei einem Team Rock, ey komm, klein Stein du kriegst kein Fosse, du Sieg du Sieg du Sieg vor allem du Sieg ich wollte sagen, du Sack was Sieg was Sieg was? Centos Sieg 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 Gif Zack Gegengift Jho wurde geheilt dem 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 du texte heilen sind nur pflanzen von mich wechseln wir mal und zwar hat sich muss auch mal wieder trainiert werden mach ich auf jeden fall auch erst die problem die ich brauche und dann der rest kann man immer zwischendurch noch trainieren vor allem muss ich vor roten oder eher gesagt oder meine den konto mal schnell weg boxen du mit dein aber ich nicht mit meinen gegen mich kann man nein aber es geflohen alter ich von abraham muss das gleich einschläfern eigentlich habe ich nix für das fliegt sofort ich habe mein smith weil das ist nämlich gar nicht mal schlecht das zu haben ein paar team aus für einen pokémon wir schauen mal eben und die muss sicher wäre nicht schlecht das zu haben 140 140 elektrik magma das ist natürlich auch nicht ja so die frage ich glaube simsler ist auch noch durch tausch bekommen ja ich nehme das domfus hierher damit ne das andere christen nicht gefährt war es noch wohl gelbe edition wo dann hier ähm jesse und james mit maus hier aufgetaucht sind ja kannst nicht davonlaufen will ich aber ich hab keinen bock grad zu kämpfen gegen zubart stellts hier an willst du mich verarschen wieso kann ich nicht davonlaufen jetzt wo kann man mitnimmens mit heraus aus der höhle die nähe stellt sich auch manchmal an die pokémon hat die frische fläche wir brauchen dass es einschläft und außen super bei gefunden ja ich wusste dass da oben noch irgendwas war kommst schon komm wir denn hier auch noch irgendwo irgendwas tschüss dann verschwinde ey knuff hensa geht einen richtig auf den keks ja wollen aber nix machen ne da haben wir überall saffkons hier was haben wir hier noch am punktball da ist team 4 drin ähm was hatten wir an das ja boi aber taubst nicht beibringen weil das edel dass er lernt und er gesagt taubburger na welches pokémon da ist auch und ein habita ich krieg hier ein rappel schlecht kraft habita dein ernst muss man bei ne pokémon heilen gehen wie gesagt ich lass sie mal bis zum äußersten ja du bin ich du die haben eh keine gefühle hier nein überhaupt nicht deswegen gibt's nur einen auf der fresse so kurz speichern alter hau ab kannst du den anderen safe nochmal machen oh ich kann ich könnte mit kleinstein immer finale machen ja alles klar ja ja ich werde es ist was drin blablabla 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 ein abra wurde gefangen jay hat das geschafft wurde auch zeit die habe ich nie benutzt ich habe die meisten wenn vielleicht jetzt 1 990 war mal wirklich zu faul war es auf 100 grad zu machen nein habe ich nicht bist du vielleicht auch nicht ich behalte man kann aber bla 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 schätze kontrollieren blablabla so schön zu kontrollieren ein bestimmten level die eine gerade gelabert so alter ich habe jetzt schon schilder klebe 13 nach 32 oder habe mich jetzt verguckt jetzt 30 so wollen wir einfach mal probieren gegen den wir wollen ich bin nicht so stark das war jetzt klatsch ich weg das vermute ich er kann mich das so durch den garten muss sicher gehen ein maut Vielen Dank.